Teil 3. Die Frage, ob ich als schwerbehinderter Rentner in die Politik noch gehen könnte oder kandidieren könnte, weil der Kommunalwahl in Baden-Württemberg im Juni ist, die Wahl, hat ein unterschiedliches Echo hervorgerufen. Also wenn man links ist und sich auch öffentlich dazu bekennt, denkt natürlich das Volk anders. Die Mehrheit im Volk ist ganz anderer Meinung, aber ich bin ja konsequent, also ich will das jetzt nicht genauer erläutern, was gemeint ist, aber durchaus eine Kandidatur, aber nicht auf Platz 1 oder so. Ich bin keiner, der sich je vorgedrängt hätte, sondern ich bin immer einer gewesen, auf dem Verlass war, aber auf Platz 1 müssen wir nicht kandidieren. Auch Kreistag, Böbling, da müssen wir mit der S-Bahn jeden Tag hinfahren. Das wäre nicht so ohne weiteres möglich. Also, jetzt kein Kommentar mehr, das war's. Schöner Sonntag noch, schöne Weihnachten noch.